Das Wolfkraft-Werkstatt-System passt sich den Raumverhältnissen Ihrer Werkstatt perfekt an. Sowohl in der Größe als auch in der Ausstattung sind Ihren Wünschen kaum Grenzen gesetzt. Egal ob eine ganze Wand zur Verfügung steht oder nur eine kleine Werkbank gewünscht ist, Sie bestimmen, was Sie möchten. Die bereits vorgebohrte Arbeitsplatte ist direkt zur Aufnahme des Standfußes bereit. Einfach die mitgelieferten Schrauben eindrehen und schon steht Ihre Grundwerkbank. Mit Hilfe von zusätzlichen Füßen erreicht die Werkbank eine Höhe von bis zu 93 cm. Für eine mobile Lösung lassen sich Rollen mit Bremsen anbringen. Oder Sie setzen einen höhenverstellbaren Fuß gegen Unebenheiten am Boden ein. Nun werden die Streben eingesetzt, um die Stabilität der Werkbank zu gewährleisten. Die bereits im Standfuß eingelassenen Muttern ermöglichen dabei eine Montage mit nur einer Hand. Jetzt können Sie die Werkbank mit Auflageböden ausstatten, um so Ablageplatz zu schaffen. Alternativ haben Sie die Möglichkeit Mittelsets einzusetzen und die Werkbank mit Schränken oder Schubladen auszustatten. Die optionalen Wände sorgen dabei für einen optischen Abschluss der Werkbank und sind seitlich und auf der Rückseite einsetzbar. Das als Zubehör erhältliche Adapter-Set ermöglicht bei Bedarf eine schnelle und stabile Montage eines Schraubstockes. Genauso schnell ist der Schraubstock auch wieder demontiert, um eine große Arbeitsfläche zu erhalten. Das separate Wandhalter-Set macht eine Fixierung der Werkbank an der Wand möglich und sorgt für zusätzliche Stabilität. Egal ob Handwerkzeug, Material oder Maschinen, die drei Schubladengrößen bieten Ihnen für jeden Fall die richtige Höhe und lassen sich frei mit Schränken und Auflageböden kombinieren. Und wenn Ihre Werkstatt einmal wachsen soll? Kein Problem. Bauen Sie einfach an die bestehende Werkbank an. Auch Eckkombinationen lassen sich so frei gestalten. Und so wird aus einer Werkbank Ihre Werkstatt. Ganz individuell und flexibel. Und so wird das GERMAT logist sol Demonstrum. Und so wird es einfach eine B stem, auch einige Debugungsprogramm für das GERMAT情. っ Ye gibt es gerne credit. Wir wollen dich Grenzen nach Schraubstockbegriff, Das ist Antwort, was finde ich immer eine Folge. Und so wird auch in der Liste. Zu handeln ist das GERMAT-Anader-Dame. Die wird auf der Hurtd葬 pinned. Vielen Dank.